Noch ein Video? Starker Junge. Ich bin eine kleine freche Biene. Emil! Komm raus, Emil! Der ist richtig gut, der gefällt mir. Guck mal, was Kurt in die Klassengruppe geschickt hat. Alter, das geht ja gar nicht. Eigentlich sollte es jetzt nicht so rumgehen unbedingt. Die fang richtig an, irgendeine Schwachsinnung zu schreiben. Es ist immer so grauenvoll, dass man nichts hinpacken kann sofort. Es ist alles überall und da muss man auch echt aufpassen. Ich glaube, der hat nicht so richtig nachgedacht, was er da gerade macht. Und dann sag ihm nochmal, dass du es da nicht drin haben willst. Hey Kurt, kannst du bitte das Bild wieder weg machen? Das sind jetzt alle in der Gruppe. Meine Lehrerin, meine Mitschüler. Es geht doch nicht, einfach Screenshot zu posten. Das würde er davon halten, wenn ich sowas von ihm posten würde. Denk dran, das In-Hit vergisst nichts. Also keine Fotos oder Videos teilen oder posten, die nicht jeder sehen soll. Snoop Dogg out!